Wir sind noch nicht weit von Pentos, euer Hoheit. Ihr hättet es bequemer dort. Ich habe kein Interesse an Gastfreundschaft oder Komfort. Ich bleibe bei Drogo, bis er seinen Teil der Vereinbarung erfüllt und ich meine Krone bekomme. Ich hab etwas für dich. Erste Lektion. Durch Borsi mit dem Spitzenende. 17 Jahre ist es her. Da bist du davon geritten mit Robert Baratheon. Und jetzt willst du einen mitgegen. Ich hab keine andere Wahl. Es ist eine große Ehre, in der Nachtwache zu dienen. Die Starks bemannen die Mauer seit tausenden von Jahren. Und du bist ein Stark. Daenerys Targaryen hat einen dotrakischen Reiterlord geheiratet. Na und? Wir sollten nicht von so etwas sprechen. Ich bringe jeden Targaryen um, den ich zu fassen kriege. Vergewaltiger. Nicht beeindruckt von deinen neuen Brüdern? Das ist das Hinreißende an der Wache. Du entledigst dich deiner alten Familie und kriegst eine ganz neue. Willkommen. Ich glaube nicht, dass Bran von dem Turm gefallen ist. Ich denke, er wurde gestoßen. Nein! Jemand hat zweimal versucht, ihn umzuhalten. Aber ich bin überzeugt, die Lannisters haben ihre Hand im Spiel. Lord Stark muss davon erfahren. Ich werde selbst gehen. Was hat das zu bedeuten? Joff hat uns erzählt, was passiert ist. Du und dieser Bursche hat auf ihn eingeschlagen, während du deinen Wolf auf ihn gehetzt hast. So ist das nicht gewesen. Sie haben keine Spur von dem Schattenwolf gefunden, Eure Majestät. Sie haben noch einen Wolf. Wie du willst. Er meint doch nicht Lady, oder? Lady hat niemanden gebissen. Sie ist froh. Sie haben wir altro. Untertitelung des ZDF für funk, 2017